Karl-Otfried Müller war ein deutscher Altphilologe und einer der Begründer der klassischen Archäologie und alten Geschichte, Leben und Wirken. Karl Müller war das älteste von vier Kindern des Pastors Karl Daniel Müller und dessen Ehefrau Juliane Müller, Geb, Linke. Sein Bruder Julius Müller wurde ein bekannter Theologe, der Bruder Eduard Müller, Gymnasialdirektor in Ratibor und Lignitz. 1806 wechselte der Vater auf eine Stelle nach Olau. Müller wurde nachdrücklich von seinem Elternhaus geprägt, seine schlichte, ungezwungene und ausgeglichene Art rührte von seiner Erziehung her. Schon in der Schulzeit zeigte Müller sein großes Talent und 1814 begann er an der neu gegründeten Universität Breslau mit dem Studium verschiedener Geistes- und Naturwissenschaften. Er hörte unter anderem bei Henrik Steffens und klassische Philologie bei Ludwig Friedrich Heindorf. Dieser machte ihn auch mit Barthold Georg Niebuers römischer Geschichte bekannt. Das Werk beeindruckte Müller so stark, dass er sich nun völlig der klassischen Philologie zuwandte. Schnell begann er sich verschiedenen Themen zu widmen. Dabei lehnte er sich an die bedeutenden Altphilologen der Zeit, Friedrich August Wolf und August Berg, an, die wie er eine umfassende historische Betrachtung propagierten. 1816 wechselte er an die Berliner Universität, wo er bei Friedrich Schleiermacher, Karl-Wilhelm-Ferdinand-Zeuger, Friedrich August Wolf, Philipp Buttmann und natürlich August Berg hörte. War er von der Art Wolfs eher abgeschreckt, wurden vor allem Buttmann und Berg zu seinen wichtigsten Lehrern. Buttmann war es auch, der Müller dazu brachte, den Zweitnamen Ottfried anzunehmen, damit er von anderen Namensträgern besser zu unterscheiden war. So wurde auch Müller ein bedeutender Vertreter der Sachphilologie und Gegner der von Gottfried Herrmann vertretenen Wortphilologischen Schule. Nach seiner Promotion, die das Studium abschloss, wurde Müller 1818 Lehrer am Maria Magdalenen Gymnasium in Breslau. Mit der wissenschaftlichen Arbeit Artikel lieferte er die erste weitestgehend vollständige Topografie Athens. Während seiner Zeit als Gymnasiallehrer versuchte sich Müller an der Breslauer Universität zu habilitieren. Gleichzeitig bemühte sich Böck in Berlin um eine Anstellung Müllers bei dem von ihm initiierten Korpus Inscriptionum Grecarum. Doch bevor eines der Projekte konkrete Konturen annahm, wurde Müller im Juli 1819 auf eine außerordentliche Professur an der Universität Göttingen berufen. Da er hier neben klassischer Philologie auch Kunstarchäologie lehren musste, wurde ihm ein zweimonatiger Aufenthalt zum Studieren der Dresdner Antikensammlungen bewilligt. Von diesem Zeitpunkt an legte er viel Wert auf das Studium der antiken Kunstwerke und besuchte in seiner freien Zeit auch viele archäologische Sammlungen Europas. 1823 wurde Müller ordentlicher Professor und Mitglied in der Göttinger Sozietät der Wissenschaften. Müller engagierte sich in Lehre, Forschung und Universitätsverwaltung. Die hannoversche Landesregierung war sich offenbar der Bedeutung Müllers bewusst und verbesserte mehrfach seine Bezüge, bewilligte ihm mehrere Forschungsreisen und ernannte ihn 1832 zum Hofrat. Das Gestaltungskonzept der 1837 zur Säkularfeier fertiggestellten Aula der Göttinger Universität geht maßgeblich auf ihn zurück. Seit 1835 war er auch noch Professor für Eloquenz. In dieser Funktion hielt er 1837 die Festrede zum Jubiläum der Göttinger Universität. Von bleibendem Eindruck blieb ihm kurz darauf die Entlassung der Göttinger Sieben. Auch Müller gehörte zu den liberal eingestellten Kräften und war einer von sechs weiteren Professoren, die sich mit den sieben solidarisierten, jedoch nicht entlassen wurden. Eine Gelegenheit der nun folgenden gespannten Situation zu entfliehen, kam 1839, als ihm von der Landesregierung eine Reise nach Griechenland genehmigt wurde. Hier wollte er die Grundlagen für sein Lebenswerk, eine griechische Geschichte, legen. Doch wurde ihm sein Forscherdrang zum Verhängnis. Beim Kopieren von Inschriften in der glühenden Sonne Delfis zog er sich eine Hirnentzündung zu. Bei der Rückreise von Delfi brach er zusammen. Nachdem er von seinen Begleitern Ernst Körzius, Adolf Schell und Georg Friedrich Neise nach Athen gebracht wurde, verstarb er dort. Sein Grab fand er auf dem Kolonoshügel nordwestlich des heutigen Athener Stadtzentrums, wo noch heute eine Grabstähle an ihn erinnert. An der Trauerfeier nahmen König Otto, seine Minister, das diplomatische Korps und die Universität teil. Karl-Otfried Müllers Tod gilt bis heute als einer der tragischen Momente der deutschen Altphilologie. Gerade erst 42 Jahre alt hinterließ Müller, der als potenzieller Nachfolger des großen August-Böck galt, eine große Lücker. Seine Forschungen zur griechischen Geschichte waren grundlegend, manche Forschungsbereiche wurden vor seinen Studien nie beachtet. Müller war seit 1824 verheiratet mit Pauline Hugo, der Tochter des Göttinger Rechtswissenschaftlers Gustav Hugo. Sie hatten vier Kinder. Die Tochter Juli war mit dem Juristen Burkhard Wilhelm Leist verheiratet. Schriften, Geschichten hellenischer Stämme und Städte Drei Bände Max Breslau 1820 bis 1824 Bänd 1 die Orchuminus und die Minja. Bänd 2 die Doria. Abteilung 1. Digitalizei und Volltext im deutschen Text Archiv Digitalizei. Bänd 3 die Doria. Abteilung 2. Digitalizei und Volltext im deutschen Text Archiv Digitalizei. Die Etruska. Zwei Bände. Max Breslau 1828 Digitalizei. Handbuch der Archäologie der Kunst. Max Breslau 1830 Digitalizei und Volltext im deutschen Text Archiv. Geschichte der griechischen Literatur bis auf das Zeitalter Alexanders. Zwei Bände. Max Breslau 1841 veröffentlicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017